So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, wir haben wieder eine kleine Infofolge für euch vorbereitet. Eigentlich bin ich ja gerade am Restling gucken oder auch nicht. Das muss ich ein bisschen verschieben und nochmal dann in Ruhe gucken. Denn es gibt schon wieder neue News zum neuen Event. Was fälschlicherweise, ich habe die ganze Zeit gesagt, am Dienstag wechselt der Raid Boss. Der wechselt, da bin ich am Dienstag, der wechselt jetzt am Mittwoch. Aber der ist auch nicht wirklich neu, weil es kommen ja einfach alle Kapus wieder zurück. Mit einer Abschluss-Spezialforschung, wie auch immer, wenn ihr alle bisherigen Spezialforschungen zu den vier einzelnen Inseln abgeschlossen habt. Wenn nicht, macht das noch bis zum Mittwoch, sonst müsst ihr euch die nämlich kaufen. Wenn ihr das aber fertig habt alles, dann kriegt ihr die kostenlos. So wie ich das verstehe von dem Text. Hier seht ihr nochmal alle vier Kapus, wo ich immer noch sage, Kaputoro fand ich am coolsten. Also wenn ich nochmal Raids mache, dann speziell Kaputoro, würde auch wenn Raid Stunde ist am Mittwoch, bevorzugt Kaputoro Raids von euch annehmen. Eure Raid Einladungen, ich sage es jetzt nochmal dazu. Und wie man das bei Raids für Zuschauer macht, wenn man da abstimmen lässt, welcher euch noch fehlt oder welcher noch am beliebtesten ist und den nochmal anbietet. Oder halt einfach spontan dann immer sagt, Wunsch-Raids und jeder kommt rein, man nimmt den und wirft den direkt rein. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wir feiern das Ende der Alola-Jahreszeit mit dem Event Alola an Alola. Mittwoch, 25. Mai, 10 Uhr bis Dienstag, 31. Mai, 20 Uhr. Bevor die Alola-Jahreszeit zu Ende geht, haben wir ein letztes Event in Peddo, um diese Jahreszeit mit einem Knall zu beenden. Während des Events Alola an Alola erhalten Trainer eine übergreifende Spezialforschung, die je nach gewählten Weg verschiedene Aufgaben und Belohnungen für euch bereithält. Dieses Event stellt jedoch nicht nur das fulminante Ende der Alola-Jahreszeit dar, sondern deutet bereits auf neue Abenteuer hin, die noch vor uns liegen. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die Alola-Jahreszeit bisher die beste Jahreszeit in Pokémon Go. Das hat einfach ein ganz anderes Feeling gehabt, einen ganz anderen Look. Die Pokémon, die Events, die Spawns, die Shinies, für mich alles neu, alles irgendwie sehr, sehr cool gemacht. Auch wenn die Legendären bis jetzt nicht so cool waren, fand ich trotzdem, hat mich das am meisten geflasht in letzter Zeit. So, jetzt wichtig für euch. Ihr seht das nämlich gleich hier, weil ihr euch ja theoretisch für eine Insel nochmal entscheiden müsst. Und da gibt es halt verschiedene Aufgaben, verschiedene Belohnungen. Am besten ihr guckt, welches Choreogele ihr am coolsten findet, weil ihr bei jedem eine Mütze bekommt, welche Mütze ihr haben wollt. Oder ihr guckt, welche Aufgaben ihr lieber erledigen wolltet und guckt nicht auf die Belohnungen. Wenn ihr alle vier exklusiven Event-Spezialforschungen bis zum 1. Juni abschließt, erhaltet ihr eine Bonus-Spezialforschung zum Abschluss-Event der Jahreszeit. Heißt für mich also, bei jedem Event, was bis jetzt war, zu jedem Kapu, was drin war, gab es ja eine Spezialforschung. Und das heißt, die musste man nicht im Event beenden, sondern man hatte Zeit auch nach dem Event, die noch fertig zu machen. Kann auch sein, dass in 10 Jahren immer noch welche der Aufgaben offen haben. Wenn ihr die aber alle jetzt, bevor das dann alles losgeht, zu Ende habt, alle vier Inseln abgearbeitet, dann kriegt ihr eben diese, um nochmal zu eurer Lieblingsinsel zurückzukehren. Bereist noch einmal eure Lieblingsinsel der Alola-Region mit dieser übergreifenden Forschung, bei der ihr eine der Inseln Mele-Mele, Akala, Ula-Ula und Pony wählen könnt und je nach Auswahl andere Aufgaben und Belohnungen erhaltet. Tickets für die Forschung zum Abschluss-Event werden außerdem für 5 Dollar im In-Game-Shop erhältlich sein. Also wer halt trotzdem die Forschung machen will und so eine komische Mütze sich ergattern will und die anderen Forschungen noch nicht fertig hat, kann sich das kaufen. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Gibt auch keine Medaille dazu oder irgendwas. Das ist der beste Satz, der jetzt kommt. Trainer, die die einzelnen Forschungen zu den vier Inseln abschließen und so die finale Forschung freischalten, können im Shop trotzdem ein Ticket für die Forschung erwerben, um sich zusätzliche Belohnungen zu sichern. Also ich bin fertig mit allen, ich kriege die Forschung gratis, kann aber trotzdem genau die gleiche Forschung mir trotzdem nochmal kaufen, dass ich sie doppelt habe, um sie doppelt abzuschließen. Werde ich nicht machen, lasse ich die Finger von. Die coolen Sachen gibt es ja trotzdem, glaube ich, in der normalen, die ihr dann euch erarbeitet habt und das andere ist halt nur nochmal, ob ich da jetzt nur ein Sternstück kriege oder zwei Sternstücke, das soll jetzt nicht der Unterschied sein. Und jetzt gibt es wahrscheinlich diese vier Wege. Für was werdet ihr euch entscheiden? Spezialforschung Alola, Analola, Inselmele, Mehle. Trainer, die sich für Inselmele, Mehle begeistern und Zeit mit ihren Freunden verbringen möchten, sollten sich für die Spezialforschung entscheiden. Bei den Aufgaben geht es hauptsächlich um gemeinsame Momente, indem ihr zum Beispiel Geschenke verschickt, Schnappschüsse macht. Folgende Belohnungen unter anderem zwei Knurspe, Lockmodul, vier Glückseier, Begegnung mit Alola Raichu, was auch shiny sein kann, und eine Choreogl Cheerleader Mütze. Geschenke verschicken, Schnappschüsse, Schnappschüsse vergesse ich eh mal, Geschenke mache ich trotzdem immer. Knurspe brauche ich jetzt nicht unbedingt, Lockmodul und Glückseier wären cool. Mütze ist okay. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Bock da drauf? Oder wollt ihr lieber auf die Insel Akala? Hier geht alles. Fans der Insel Akala, die am liebsten spannende Abenteuer erleben, legen wir diese Forschung ans Herz. Hier geht es um eine bestimmte Anzahl von Kilometern zu laufen oder Pokestops zu erdrehen. Belohnungen wie zum Beispiel Rauch, Brutmaschinen, Superbrutmaschinen, Begegnung mit Alola Knocker und eine Choreogl Mütze im Hula-Stil. Da finde ich, glaube ich, die erste Mütze besser. Die Pokémon sind mir eigentlich wurscht. Lockmodul und Glückseier würde ich eher mitnehmen als die Brutmaschinen, weil... naja... und Pokestops drehen, Kilometer laufen. Also bis jetzt wäre ich erstmal für den gelben Bereich. Sag mal so, wie es ist. Hat euch das überzeugt? Wärt ihr lieber für die zweite, Insel Akala? Wir haben noch Insel Ula-Ula. Trainer, die am liebsten die Insel Ula-Ula entdecken und Pokémon fangen, für die ist diese Spezialforschung wärmstens zu empfehlen. Zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Pokémon fangen, bestimmte Würfe schaffen. Als Belohnung kriegt ihr folgendes, zum Beispiel Gletschermodul, Magnetmodul, Viermalrauch, Begegnung mit Alola Wulpix und Choreogl Mütze im Flamengo-Stil. Ja, Mütze finde ich auch nicht so cool. Von den Aufgaben her, bestimmte Anzahl Pokémon fangen, bestimmte Würfe machen, fände ich jetzt irgendwie am coolsten, am gemütlichsten, das zu machen. Die Belohnungen taugen mir aber nicht wirklich. Viermal Rauch, ich hab noch so viel Rauch übrig. Ich hab so viel Rauch, Module, ja, so bestimmte, ich glaub, ein normales Lockmodul würde mir reichen. Ich bin immer noch, glaub ich, bei der gelben, von den Belohnungen her, wo man nur Geschenke machen muss und Schnappschüsse, das klingt auch irgendwie einfach und ihr kriegt halt coole Sachen dabei, also, weil hier locken mich die Belohnungen nicht. Und die letzte Insel ist die Insel Pony. Alles, was sich um Kampf Arenen dreht. Na, warte mal, ich lese einfach mal. Trainer, die sich auf der Insel Pony und in Kampf Arenen am wohlsten fühlen, sollten sich für diese Forschung entscheiden. Ihr dreht sich alles um Trainerkämpfe in der Go-Kampf-Liga, Team Go-Rocket-Borse und dadurch bekommt ihr dann einen Rocket-Radar, drei Sternenstücke, einen Premium-Kampfpass, Begegnung mit Alola Kokowai, Kori Jogl, Mütze im Bujo-Stil. Hier muss ich sagen, gefällt mir die Mütze eigentlich am besten. Den Kampfpass würde ich gerne mitnehmen, die drei Sternenstücke finde ich sehr gut, Rocket-Radar, warum auch nicht, aber Trainerkämpfe in der Go-Kampf-Liga machen, in der Forschung, bin ich wieder komplett abgeneigt. Außerdem, komm, es ist nur ein Premium-Pass, vier Rauchs, ein paar Maschinen. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich bei Knuspe, Lokmodul, Glücks-Eier bleiben, nehmen die gelbe Mütze mit, bin Team Gelb, Inselmehle-Mehle, Geschenke verschicken, Schnapsschüsse machen, ganz gechillt. Ist bis jetzt mein Favorit. Vielleicht habt ihr andere Argumente, für welche würdet ihr euch entscheiden, was sind eure Argumente, warum würdet ihr die nehmen? Lieber Zeit mit Freunden verbringen, lieber Abenteuer erleben, lieber Pokémon fangen, oder lieber kämpfen. Gleichzeitig gibt es natürlich noch eine Sammler-Herausforderung, für die ganze Zeit, für das ganze Event. Da bekommt ihr am Ende wieder 15.000 Erfahrungspunkte, 15 Superbälle, und eine Begegnung mit einem Wuffels. Alle Tragosso, die ihr entwickelt, werden zu Alola Knogga, mit der Attacke Schattenknochen, ist so ähnlich, also wie mit den O-Weiß, die dann zu den Alola Kogowais wurden, was ich auch vergessen habe. Wilde Pokémon tauchen auf, natürlich alles, was wir die ganze Zeit jetzt schon so hatten. Alola Radfratz, Tragosso, Bautz, Flamjau, Robbal, Pebek, Mangunior, Alola Mautzi, Alola Kogowai. Sind jetzt keine neuen Shinies dabei, ihr habt nochmal die Möglichkeit auf Mangunior, der also neu war. Ansonsten noch für die Stada ein paar Bonbons sammeln. Haut mich jetzt nicht vom Sockel, aber ihr könnt auch weiter Bonbons farmen. Raid Kämpfe, Stufe 1 auch, Alola Radfratz, Kleinstein, Diktar, Slimer, Wuffels. Die meisten werden wahrscheinlich weiter Wuffels Raids machen. Kämpfe Stufe 3, Raichu, Kogowai, Knogga, brauche ich jetzt nichts, ich weiß nicht wie es bei euch aussieht, Raid Stufe der Kämpfe 5, habe ich ja schon gesagt, ich würde meine zwei freien Raid Pässe weiter für Capotoro ausgeben. Was werdet ihr raiden? Während des Events einen der Capus, fehlt euch noch einer? Oder weiter Wuffels, oder wer braucht noch Raichu oder Knogga? Eier sind auch am Start, Eier, die vernachlässige ich sowieso. Gibt es hier Alola Radfratz, Arakwa, Imandes, Kommanduttan, Alola Mautzi, Slimer, Sandan, Wulpix, Diktar, Velursi. Das hat ja Sensi Day gehabt, die sind auch schon ewig mit drin, ich glaube die Eier sind jetzt halt auch nicht so besonders für die meisten. Insgesamt gibt es auch doppelten Sternstaub durchs Öffnen von Geschenken, Pokémon in Feldforschungen sind nochmal die Starter dabei, Pebek, Mangunior und neue Avatar Artikel, ein Rucksack von Bautz, Flamjau und Robbal. Hier finde ich übrigens den von Bautz irgendwie am besten oder am coolsten, weil das sieht irgendwie am normalsten aus so, der hat wenigstens keine Ohren dran. Ansonsten weiß ich nicht, also Feldforschung, Eier ist nicht so spektakulär, Raidkämpfe tut sich nicht viel, es bleibt erstmal weiter bei den Kabus bei mir, weil wofür jetzt die Shinies habe ich schon alle, schreibt mal rein, was ihr euch freut, ob ihr noch ein paar Starter Bonbons braucht und wichtig eben, für welche dieser vier Forschungen werdet ihr euch entscheiden? Mele, Mele, Akala, Ula, Ula oder Pony? Und woran entscheidet ihr das? Anhand der Belohnungen, anhand der Mütze, die es am Ende gibt oder anhand der Aufgaben, in welche Richtung die gehen? Ich finde die Gelbe bis jetzt ganz gut, schreibt ihr mal eure Meinung unten rein, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.